Als Stimmtraining wird die berufsbegleitende Stimmarbeit für Sprecher, Schauspieler und Sänger bezeichnet, die meist von einem Vocal Coach oder einem Ersprecherzieherin durchgeführt wird. Dabei kann an der Sprache, dem Gesang und dem Arrangement der Stimmen, also an der Verbesserung der Sprechstimme und oder der stimmlichen Musikdarbietung gearbeitet, sowie zusätzlich und insbesondere vor Konzerttourneen die Belastbarkeit der Stimme trainiert werden. Der Begriff Vocal Coach ist als Berufsbezeichnung nicht geschützt. Dies macht eine Abgrenzung des Berufsbildes gegenüber den Tätigkeitsfeldern der Gesangslehrer und Stimmbildner schwierig. Der Vocal Coach arbeitet meist projektgebunden an Theatern, in Konzertsälen und Aufnahmestudios, wo er zwischen Interpret und Produzent vermittelnd und beratend tätig wird. Die Berufsbezeichnung Sprecherzieherin ist ebenfalls nicht geschützt, wird aber in der Regel von Personen geführt, die tatsächlich Sprecherziehung studiert haben. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf das Training von Sprechstimme und Sprache. Im Gegensatz zum Vocal Coach sind Sprecherzieher aber nicht nur berufsbegleitend, sondern auch ausbildend tätig. Praxis Bei einer Gesangsproduktion zählen Stimmführung und Phrasierung zu den wichtigsten Kriterien einer gelungenen Darbietung. Ein Vocal Coach hilft Sängern, ihre stimmliche und künstlerische Leistung zu optimieren. Dies kann bereits beim Einstudieren einer Partie geschehen oder später beim Erarbeiten einzelner anspruchsvoller Stellen. Vocal Coaches können auch in den Songtext verändernd eingreifen, wenn dies der Perfektion der stimmlichen Darbietung dient. Sofern der Urheber des Textes seine Zustimmung gibt und die Änderungen nicht selbst ausführen kann oder möchte, ferner kann der Vocal Coach auch neben dem Arrangeur dafür verantwortlich sein, Chorstimmen und Harmonie Vocals harmonisch zur Lead Vocal zu arrangieren. Berücksichtigen muss er zudem sogenannte Barking Vocals und AdLibs. Barking Vocals sind Zweit- und Drittstimmen, die vor allem den Refrain unterstützen sollen. Unter AdLibs versteht man dagegen kurze, nicht ausnotierte Einwürfe, die als Ornamente einen Songs ausschmücken, auch Beauty Lipes genannt. Das berufsbegleitende Training für die Sprechstimme ist vor allem für sprechintensive Berufe wie beispielsweise den des Lehrers wichtig, siehe auch Stimmbildung, Gesangspädagogik.